Musik Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Daily Overview am Dienstagabend. Und heute dabei ist der Marco. Hallo. Ja. Wir zwei im letzten Wundel, weil der Patrick Urlaub hat in München, für das Oktoberfest. Ja, das Oktoberfest. Mehr wollen wir, glaube ich, dazu auch nicht sagen. Und fangen direkt an mit den News. Und da war es interessant. Nämlich von der Nokia. Ja, das Smartphone N8 wurde ja eigentlich mal so schön angekündigt, dass es sehr früh kommen wird. Oder bald erscheinen wird. Ja, das wird wohl leider nichts mehr, denn das wird jetzt später erscheinen. Nämlich auf der eigenen Messe wurde nämlich nicht erwähnt, dass das neue Flaggschiff mit Symbian 3 anstatt im Oktober erst im November erscheinen wird. Grund dafür, der Grund für die Verschiebung sollen nämlich Softwareprobleme sein. Und wie frisch dann noch reingekommen ist, handelt es sich dabei leider um ein Gerücht. Denn Nokia dementiert diese Verschiebung, demnach kommt in Deutschland. Das N8 geplant im Oktober raus. Und wir sind in der Hacker, die sich auch sparen können. Aber wir haben es jetzt alle, genau, informiert. Ja, das war, also ich habe schnell die News geschrieben. Ich weiß ja nicht, dass später noch irgendwie so eine News kommt, wo es sagt, ja doch, demnach wird hier deswegen. Kann man ja nicht wissen. Ja, da gab es doch letztens auch eine News, dass Facebook ja auch ihr eigenes Handy herausbringen möchte, ne? Ja, genau, Facebook OS. Und dann haben die gesagt, nee, die waren nicht. Die haben gesagt, die wollen sich eher auf so Social Networking, auf Smartphones mehr konzentrieren, aber nicht ein eigenes S rausbringen oder geschweige denn ein eigenes Telefon. Ja, genau. Ich habe mir auch gedacht, schreibst du diese News Facebook Handy? Ich so, nee, warte mal ab, nächste Meldung. Ja, dementiert, das gibt es nicht. Gut, danke. Naja, bei der News, ich warte jetzt nicht extra ab, weil du weißt ja nie, ob es jetzt stimmt oder nicht. Genau. Wenn es jetzt stimmen würde und ich habe ja abgewartet, dann ist die News irgendwann mal nicht mehr aktuell. Weil eine Dementierung könnte eigentlich immer noch eine Woche später kommen, dann ist das für mich ja eh doof. Ja, Woche später, Monat später, ein Jahr später, also ist alles möglich. Und dann denkt man, ja, hm, hm. Genau, hm, das denke ich auch. Weiter geht's. Ja, genau. Patrick ist ja in München. Und was auch in München ist, ähm, ist nämlich ein, äh, ein Event von Nintendo, glaube ich mal. Doch, ja. Ja, ähm, es geht's, äh, um das Spiel, wie Party, was am 8. Oktober erscheinen wird. Ähm, es gibt viele Minispiele, die da mitgeliefert werden und dazu gibt's noch ein Video davon, von diesem Event. Ähm, ja, könnt ihr euch bei uns in der News anschauen. Genau. Von den Kollegen, Gamewactor. Ja, die machen ja auch ab und zu mal sehr schöne Dinge, ne? Nee, das war GameTrust. GameTrust? Das ist ein Kollege von GameTrust. Ja. Oh, sorry. Dann war es GameTrust. Verzeihung, liebe Kollegen. Verzeihung. Ich hab immer die anderen, die da waren, weil ich von den anderen auch noch ab und zu mal ein paar Meldungen kriege. Ja, so groß und so klein ist die Welt. Wie klein auch die Welt ist, das ist nämlich für Nexos. Ich hoffe, ich hab's richtig. Nexos. Äh, warte mal, warte, 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 warte. Nexis heißt das. Nexis. Nexis. Und viele kennen das Spiel tatsächlich auch, denn es kam schon 2005 heraus für den PC. Und so im Jahr 2005 wurde dann auch gesagt, dass es eine PS3-Portierung geben wird. Und nun ist es tatsächlich endlich soweit. Auf der PAX 2010 wurde dazu ein Gameplay-Video nämlich veröffentlicht, obwohl die PAX schon ein bisschen lange her ist. Und ja, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das Video, schaut's euch an, der schöne Shooter. Da freuen sich bestimmt einige wieder. Und ganz wichtig, das Spiel ist natürlich überall das Playstation-Network dann zu erhältlich. So rum. Genau. Also wird's dann kostenlos sein für PS3 oder nicht? Ähm, da steht nicht genau fest, aber ich denke mir mal, ich glaube, es wird nicht kostenlos sein. Naja, wäre ein bisschen unfair, ne, wenn die PC-Jewiser das umsonst bekommen und PS3-Jewiser ein bisschen bezahlen dafür. Aber lass uns da... Vor allem, weil auf der PS3, PS3, also auf Konsole allgemein, so Shooter und so, das ist ein bisschen benachteiligt. Und deswegen... Äh, naja... Genau. Ich glaube, lass uns da erstmal lieber ein bisschen abwarten, was genau da noch passiert. Denn... Der Release steht auch noch nicht mal genau fest. Was aber feststeht, das ist der Release zu Grand Theft Auto 5, das am Anfang November erscheinen wird. Und dazu ist jetzt noch ein Werbetrailer erschienen, das in Japan gezeigt wird. Und von daher... Interessantes Video, was ihr bei uns in den News euch anschauen könnt. Ähm... Ich weiß nicht, wir... Ich muss mal kurz gucken, ob da irgendwas gesprochen wird. Ein bisschen japanisch. Ja, wird... Also für Leute, die kein Japanisch können, ist das ein bisschen doof, aber naja. Ja, gut, aber... Das hört so deutlich heraus eigentlich. Sieht so... Play Station 3. Genau. Oder so. Ja. Aber, ne, guck mal, Japan, ne. Der Werbeport geht, ich glaube, 10 oder 11 Sekunden. Und... Wenn man überlegt, ne. Wie viel... Wie lange war der Trailer zu... Wie war hieß das Spiel jetzt? Also auch, was doch... Blur. Wie lange war da der Trailer? Da ging das so eine halbe Minute, ne? Mhm. Also, da merkt man, ne, Japan und Deutschland oder Europa, ne, ist ein großer Unterschied. Ne, an Sendenzeit. Mal gucken, wie lange der Trailer... Das ist die japanische... Die japanische Werbung ist dafür verrückter. Ja, so soll es natürlich auch sein. Ich sag nur eins, ich sag nur eins. Gigapudding! Ja, Gigapudding, Gigapudding! Und was auch Pudding ist... Ey, ich... Sag mal, ganz ehrlich, der Gigapudding sieht doch voll lecker aus. Ich meine, dieses... Diese Vanille und Choco-Mischmasch da... Sieht irgendwie... Auf jeden Fall sieht das ziemlich künstlich aus, aber wiederum irgendwie... Boah, da hab ich Hunger drauf. Kannst du dir ja mal was davon importieren? Ja. Naja. Ist nicht so... Ist nicht so teuer eigentlich. Glaube ich. Ob's dann noch frisch ist? Bestimmt. Muss natürlich gut passieren. Aber ich wollte mit Pudding was übertragen. Pudding ist auch nämlich das nächste, was herauskommt. Nämlich The Bibel Online. Hat das mit Pudding zu tun? Ich weiß das nicht, aber Pudding ist für mich das, was irgendwie nicht so sehr interessant ist. Nämlich das ist ein religiöses Browserspiel, was nämlich The Bibel Online heißt. Und 2500 Christen haben sich doch nämlich schon in der Beta-Phase registriert. Und in der man Abrahams Stamm nach Kanaan führt. Und ja. Darf ich mal richtig aussprechen? Abrahams Stamm nach Kanaan. Das ist... Wer ein bisschen so aus der Bibel kennt, also Abraham ist der... Ganz... Also... Ich weiß nicht, ob ihr... Diese ganzen Abel und man weiß nicht, wie alles danach kommt. Das ist irgendwie der Urvater von allem Möglichen oder so. Von... Ich glaube von Jesus sogar. Keine Ahnung. Irgendwie ist das der... Der... Gründer von Israel oder irgendwie sowas. Und sein Stamm muss halt nach Kanaan. Das ist eigentlich das Gebiet, was heutzutage Israel ist. Nein, denk jetzt nicht. Ich bin religiös. Ich weiß das nur durch Unterricht. Ich sag's auch. Ich hab auch Religion gehabt. Ich hab's schon wieder vergessen. Warum? Ich habe immer noch Religion und deswegen. Und das ist behindert. Ich sag nur eins. Spiel dieses Spiel. Das ist richtig geil. Also, wer sich auf das Spiel freut. Nächste Woche Dienstag ist es soweit. Und wenn Schulen sich dafür interessieren, Schulen. Dann schickt die Leute, schickt die Kinder in. Für das Religionsunterricht in den PC-Raum. Macht es. Fertig. Genau. Bibel Online ist besser als WoW und die ganzen Kram. Bibel Online ist einfach nur... Naja. Überflüssig. Ja. Jetzt weiß ich auch ab und zu, warum wir irgendwie so bei YouTube ab und zu mal einen Tag haben mit Religion. Ja, ich glaube, dieses Daily Overview könnte auch damit getaggt werden. Denk ich auch. Theoretisch gesehen. Mal abwarten, was YouTube uns da vorschlägt. Ja. Und abwarten kann man auch auf Diablo 3, das ja irgendwann erscheinen wird. Irgendwann heißt zwischen 2011 und 2012. Also, noch mehr als ein Jahr. Blizzard-Fans ist das egal. Die können nämlich so lange Diablo 2 spielen. Das wird ja noch... Also, bis man da ja durch ist, das dauert eine lange Zeit. Denn die Höchstgrenze liegt da bei Level 99. Also, naja, schade irgendwie, dass sie nicht Level 100 gemacht haben. Naja. Auf jeden Fall. Bei Diablo 3 wird es nicht so sein. Da gibt es nämlich nur 60 Level. Und, ähm... Da soll es aber trotzdem nicht weniger Inhalte geben. Und, äh... Ja, dafür konzentriert man sich eh eher auf das Sammeln von speziellen Items. Und das, äh... Dieser Stufenunstieg selber wird dann aber noch schwieriger werden. Darf auch spürbarer beim Charakter. Bis zu Level 30 kommt man mit dem normalen Schwierigkeitsgrad ab. Level 50 wird dann schon, äh... Schwierigkeit Albtraum erreicht. Und Level 60 ist dann Schwierigkeit, äh... Hölle. Hölle. Ja. Ich glaube, das sagt alles aus. Ja, das glaube ich auch. Ja. Also, Leute. Spielt. Spielt. Immer weiter spielen. Irgendwann kommt ihr da hin. In die Hölle. Genau. Kommt ja auch, wenn ihr gesündigt habt. Laut, laut der Kirche, ne? Aber... So viel zu Bibel Online. Ja. Aber... Ich glaube, dass die... Die Bibel Online wird das Gegenteil von Diablo 3 werden. Die Bibel Online ist sozusagen das Gute von Diablo 3. Okay, gut. Aber ich denke mal, es kommen irgendwann noch ein paar andere Browser-Spiele raus. Die Hölle. Na, also, es werden bestimmt... Ich würde es übrigens... Ich würde übrigens sowas nicht spielen, aber... Ja. Naja. Aber das sieht man doch, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm... Astragon, glaube ich war das. Mal sich anschaut, ne? Die Simulator. Boah! Astragon. Ey, da kann ich Stunden erzählen, weißt du? Ich kann auch erzählen, wo ich die... Wo ich mir die Pörler-Überzeigung mit dem runtergeladen hab. Dachte, das Spiel wird doch bestimmt sicher geil. Weil das ist das irgendwie... Überraschenderweise... Dass das bei der Landwirtschaftssimulator 2009 war das noch. War irgendwie... Platz 1 der Charts und so. Irgendwie komischerweise... Ich kann's bis heute nicht verstehen, wieso... Wahrscheinlich aus Scherz haben viele gedacht, ich kauf's einfach mal. Einfach nur, um bescheuert zu sein. Ähm... Jetzt weiß ich auch, warum wirklich das Spiel so beliebt ist. Und warum... Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, wenn das Spiel ist einfach nur... Boah, ey... Du kannst es... Das ist einfach... Das kannst du nicht spielen. Das ist... Du steuerst so einen scheiß Wagen. Und dieses Gameplay ist einfach nur behindert. Da kann man so... Bäschen-Siminatoren rausmachen. Da kann man schon... Selbst aus Landwirtschafts-Siminatoren besser was rausholen. Also... Nee. Ja, ich glaub... Wenn es schon nicht langweilig genug ist... Weißt du... Wenn es schon nicht langweilig genug ist, drei Stunden lang gerade auszufarmen und Heu abzuernten... Nee, das ist noch eine Stau-Nummer richtig schön schwierig. Damit es richtig blöde wird, dass du drei Stunden lang gerade ausfarm wirst und dann noch irgendwie achten musst, dass du dich umkippst. Aber ich denke mir mal eins... Warum sich die Leute das gekauft haben, ist wahrscheinlich so ein Grund. Weil sie sich gedacht haben... Oh, guck mal, auf dem Cover sieht das Spiel so geil aus, so wird's auch später sein. Ich weiß, auf dem Cover sieht das Spiel geil aus. Da hab ich schon bessere Cover erlebt. Ja, gut, okay. Aber, ne... Die Leute kaufen... Wahrscheinlich wegen der Systemanforderung. Weißt du, die Systemanforderung... Erstmal dachte ich... Boah, Simulatoren... Würde ich nicht sagen. Systemanforderungen sind ja immer unterschiedlich. Beim Flight-Simulator ist es zum Beispiel übertrieben hoch, während bei normalen anderen Simulatoren eigentlich eher im mäßigen Bereich ist. Bei Landwirtschaft-Simulator ist das so. Wenn man es heute vergleicht, so für... Ist, sag ich mal, die 2008er oder 2007er oder wer so noch immer, für heutige Rechner eigentlich niedrig. Aber wenn man es vergleicht, wenn es rausgekommen ist, ist das eigentlich schon als Simulatoren mit der Grafik zu hoch. Also... No.